Chaos, danke für den Prime im 13. Aber an der Stelle, was geht aus? Haha, Danny ist so sauer. Aber ja, fühl ich, fühl ich, fühl ich, fühl ich. Ich bin aber auch sehr, ui, 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 ui. Kann ich dann rein abstauben? Nein, ich bin auch tot. Nein, ich bin auch tot. Ich dachte, da kann man oben noch stayen. Ich wollte dem ein oder anderen da noch einen Hit mitgeben, dass ich die Kills bekomme. Hä? Beklapp da wirklich. Alle 17. Was hast du für aufklatschen? Steht das im Titel für mich, was hast du für das aufklatschen? Hm. Heute 24ern. Ich glaub, das ist jetzt letzte Runde. Bin ein Müdi. Oh, und Markus. Crazy Chaos mit 21 Monaten Prime auch schon. Long, long time. Digga, das ist so krass. Irgendwie... Ich kann mich so halt noch an die Zeit erinnern, wo so die ersten Leute so gesuppt haben, die ich nicht so persönlich kannte, so. Aber die ersten Subs von deines Streams dann halt immer irgendwie Kollegen oder Freunde oder Leute, die du kennst, so. Und dann kommen so zum ersten Mal Leute in den Chat, die du, äh, gar nicht kennst und die dann so einen Sub da lassen, sowas. Oder einen Prime da lassen, oder sowas. Und dann so, ey, oha, Kuske raus, danke. Und jetzt so viele Leute... Den Titel ändern? Hm. Jetzt so viele Leute, die ich da vorher nicht kannte. Oh, ne, sorry. Sorry KGM40, das war nicht so... War nicht so gemeint. Ja. Ich bin jetzt bitte bei der Subs. So. So. Nichts ist hier. Gar nichts. Aber T-Mates kann Lodi kaufen. Haben wir Lodi gekauft? Nee. T-Mates, Lodi, hallo. Any Lodi? Guck mal, der Blaue kann Lodi kaufen. Der Blaue kann Lodi kaufen. Der Blaue kann sogar Lodi alleine kaufen. Und dann ist er gerade in Sager. Hallo? Hallo? Was? Hallo? Ja, der ist safe aus. Oh. Wie ich erschrocken bin. Auf einmal redet da einer. Nein. Aber der Blaue könnte gerne mal sein Geld geben, ja? Hallo? Hallo? Ach, dicker T-Mate. Oh, ich glaub, der Team checkt's. Ich glaub, der Team checkt's. Ich glaub, der Team checkt's. Ich glaub, der Team checkt's, oder? Ja. Ja. Er hat's geblickt. Äh, 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 äh. Neue Sicherheitszone wird mannig. Verbündete Tensione in der Luft. Feinde landen im Einfluss. Selten haben ein Vorrat, Heli, zum Ablassen ihrer Geldreserven angefordert. Wir haben es überfallen! Wir haben es überfallen! Aber die gieß' nicht gut. Ach man, hier kommt man nirgends rein. Ich drück' nicht nachladen bei der Ballgarde, ne? Im Backtraining war geil, wie war so das Stream? Äh, sehr wild. Ich weiß nicht, was du alles noch mitbekommen hast, aber... Wir haben wilde Clips, wilde Gameplays erspielt. Die heftigste Lobby aller Zeiten gehabt. Und ja. Es war... Spaßig. Aber jetzt bist du... Kommst du gerade wieder, wenn ich gleich aufgehe. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel achten! Oh mein Gott, was habe ich gesehen. Oh mein Gott, was habe ich gesehen. Schuss! Stil getroffen! Ja! Schießen aufregend! Das Baby ist ja auch! Aber dann kannst du die Karte ab! Bisschen unkorrekt, dass er da gerade noch die S-Winne platziert hat. Indem ich getötet hätte, wäre wirklich ichhaft gewesen. Wichtige Kills, wichtige Kills. Wollte er eigentlich Dementer Apfel schreiben und hat irgendwie das gechokt? Weil da ist Demeter. Das wird mir stinken. Boah, ist ja gar nichts. Chris kann das? Wusste nicht. Was kann ich? Elmine einfach. Oh ja, Schussverkauf kommt genau richtig. Oh mein Gott. Nein, ich kann nicht hinlegen. Scheiße. Besser. Nein. Müsste alleine hinkriegen. Schade. Okay. Wer hat den auch nicht gesehen? Perfekt. Schade. 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 3 2 3 4 6 5 6 10 11 11 12 13 17 Okay, jetzt sind wir alles geklaut. Das ist ja bodenlos. Junge, Junge, Junge. Knappe Kisten da. Knappe, knappe, knappe Kisten. Egal wer eine Muni-Kiste. Hier unten einer. Wir haben einen feindlichen Radarstörer in unserem Bereich entdeckt. Radarstörer, lieben wir? Lieben wir? Lieben wir? Feindlichen Radarstörer in unserem Bereich entdeckt. Oh, Prezi ist unkorrekt. Sehr unkorrekt sogar. Und noch ein Cluster hinterher. So geil. But we good, we good. Ich glaube ganz underground waren welche, ne? Da, wo der teammate gerade Kills macht. Wind hat mich heute gebrochen. Windend, vor allem auf Caldera, ass, oder? Moin, Phil. Vor allem auf Caldera, wirklich Todes-ass. Wer braucht schon self? Oh, ich kann ja keine Muni-Kistik kaufen. 4,5 kostet die. Und alle spielen hier Geist, oder was? Was bin ich hier sehend? Ja, wobei, es sind zwei Einzelne. Und er meint, keiner spielt Geist. Okay, er hat aber einen wie weit. Aber das ist gar kein Thema. Sogar sehr korrekt von ihm. Nein, Muni-Kiste. Kommt nur noch der in der Luft, oder? Oder zumindest der, der in der Luft war. Auch immer er jetzt ist. Ah. Geist. Ah, guck mal, wer dahinterher fliegt. Da fliegt auch noch einer da hinten. Nice build da. Gute Runde aber. FFR, MP7. Hat gekracht, die Runde. Hat sehr gekracht. FFR wieder gut. Nee, eigentlich nicht so unbedingt. Eigentlich nicht so unbedingt. Aber macht halt Spaß, weil FFR, ne? Weil FFR. Und vielen Dank für 28 Monate an der Stelle. Und Bio noch was? Habe ich irgendeine Wette verpasst, oder so? Immer am Schütteln, danke für 13 Monate. Und nun schütteln wir schon 13 Monate. Kuss und Grü-Kuss. Das wird langsam mal, glaube ich, schädlich für den Körper an der Stelle. Danke dir trotzdem für drei Monate. Drei. Hm. Und Bio mit 10 Gifted Subs. Was habe ich verpasst? Dachtest du, du bist Arsch. Ich habe es nicht rückgekommen. Bio meinte 20er, dann 10 Subs. Ja, Digga, hä? Hätte ich jetzt gewusst, hätte ich eine 40er gemacht. Sagt es doch früher. Sagt es doch früher. Hätte ich eine 40er gemacht, hätte ich mir 20 Gifted Subs abgeholt. Stann geht auch fett, ja bestimmt, aber Magie nicht so sehr. Magie nicht so sehr. Warte mal, war der grüne Teammate der Flippo und nicht der Zuschauer? Null Kills. Übertreiber? Ne, nicht übertrieben. Realistisch. Ja, ich habe es nicht so sehr. 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 Ja, ich habe es nicht so sehr.